Hi, mein Name ist Jasper und das ist mein Hund Boogie. Wir beide freuen uns schon sehr auf Weihnachten. Es ist die Zeit, die man mit seinen Liebenden verbringt. Aber ich liebe niemanden, denn die Menschen sind Monster. Ich liebe nur meinen Hund Boogie und er liebt mich. Wir gehen zweimal am Tag spazieren und ich zeig' ihm dann, wo er sein Pipi hinmachen kann. Und dann macht er Weihnachts-Kacki und ich nehm' ihn mit nach Hause und mach Streusel drauf. Wie ihr sehen könnt, Lieb Boogie ist sehr verschiedene Weihnachts-Outfits zu tragen. Wir haben letztens auch ein Fotoshooting gemacht und das hat er sehr genossen. Weihnachten rückt immer näher und Boogie und ich können all diese schönen Geschenke öffnen. Ich weiß, dass ich gesagt habe, dass Menschen Monster sind. Aber ich möchte der Familie danken, die hier lebt. Ich und Boogie sind ja vor einigen Tagen angebrochen und haben sie gefesselt. Dann haben wir sie getötet und sie hinter diesen Büschen vergraben. Das wird ein gutes Weihnachten-Boogie. Jo Leute, DragonDap hier. Wenn ihr euch das originale Video ansehen wollt, dann klickt auf das Link gefällt. Und für das letzte Video auf meinem Kanal klickt auf das rechte Feld. In der Mitte seht ihr die Castliste und unten rechts alle Social-Media-Sachen. Oh ja und nicht vergessen, abonnieren! Ciao! Ciao!